Sogar auf der Damentoilette wird getalkt. Moderatorin Astrid Trolle ist zwar nicht mehr zu sehen, aber noch immer zu hören. Über Lautsprecher. Und jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Wer hat sich hier... Moment. Wie kann ich denn raus? Hast du auch... Versuch mal. So, komm. Wir lassen das mal mit dem Hände waschen. Das ist ja auch völlig überschätzt. Astrid Trolle taucht wieder im Blickfeld des Publikums auf. An ihrer Seite Comedian und Moderatorin Martina Schönherr. Nach ein paar Schritten bleiben sie stehen, unterhalten sich kurz. Dann hat Schönherr ihren Auftritt. Mitten im Publikum. Und genauso nah soll der Abend auch weitergehen. Beim Talk Dot. Der ersten Talkshow direkt vom Kiez. Das Besondere der Sendung für die Leute, die ins Cocoon kommen, ist einfach, dass sie nah dran sind, eine Clubsituation haben. Sie können an die Bar gehen, ohne dass jemand sagt, ah, bitte keine Bewegung. Und dann haben wir für die Leute, die das draußen im Netz gucken, eben eine komplette Sendung, weil die natürlich auch andere Ausschnitte sehen. Denn die Kamera verfolgt uns ja sehr, sehr subjektiv. Wie zum Beispiel aufs Damenklo oder auf die Terrasse des Clubs, die ihn Richtung Millanthor-Stadion zeigt. Dort sprechen gerade Ex-St. Pauli-Profi Fabian Boll und Moderatorin Rolle über unterhaltsame Trainereigenheiten. Michael Fronczak hat immer sehr viel in Bildern gesprochen, was immer sehr schön war, auch viel aus der Tierwelt. Er hatte auch mal eine Beobachtung aus einem Hotel. Wir haben im Reddison geschlafen, das war unser Teamhotel, und er hat aus dem Fenster geguckt und da sah er auf dem Teich, wie ein Erpel eine Ente jagte. Und diese Aggressivität hat er für uns auch verlangt. Währenddessen nehmen Moderator Peter G. Dürmeier und Corny Littmann Platz auf der Bühne. Sie unterhalten sich über Littmanns politische und kulturelle Karriere, seine Zeit als St. Pauli-Vereinspräsident und die etwas andere Spiegel-Affäre Littmanns in den 80er Jahren, als in Hamburg Homosexuelle durch Einweg-Spiegel auf öffentlichen Toiletten beobachtet wurden. Wir haben dann festgestellt, dass es am Alster an Liga Jungfernstieg eine relativ neue Toilette gibt, wo es auch diesen Spiegel gab. Wir waren mit Fotografen, da habe ich einen Hammer genommen und auf Kommando dann mit 1, 2, 3 den Spiegel zu schlagen. Dahinter war ein Raum, es war kein Polizist dahinter, aber es war natürlich der Beweis, dass es diese Überrachung gibt. Die Gespräche beim Talk-Dot sind interessant und kurzweilig. Und die Musik erst. Ein schöner Abend. Obwohl das Cocoon vielleicht noch etwas zu neu wirkt, um eine wirklich urige Kiez-Atmosphäre aufkommen zu lassen. Das aber gleichen die Gäste wieder aus.